Musik Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge SOMA. Ich bin der Langster und begrüße euch hier in der Station CETA im Körper von Simons Kopie. Und jetzt geht's weiter. Wer gerne wissen möchte, warum ich das so geheimnisvoll sage, der muss die letzte Folge gucken. Denn da haben wir wieder einiges an Hintergrundinformationen erhalten. Sowohl über uns als auch über unsere Begleiterin. Sagen wir lieber unsere App, oder? Catherine? Ist Catherine eine App? Ich glaube, wir können uns darauf einigen, dass Catherine nur eine App ist. Also das Wörtchen nur, das lassen wir vielleicht weg. Das könnte sie cranken. Cranken. Äh, cranken. Das könnte sie... Ich crank dich. Ich glaube, hier war Catherine. Hier waren wir schon. Bei ihrem Nachbarn dürfen wir nicht reingucken. Also ihr erinnert euch ja, wir sind hier auf CETA. Und wir suchen immer noch jemanden, der uns einen Sicherheitscode geben könnte, um das Dumbad... Dumbad? Dünnbad? Dumbad. Das war ein Dumbad, ne? Um das Dumbad startklar zu machen, welches uns in die Tiefsee bringen kann zum Standort der Arche. Zumindest glauben wir, dass die Arche da ja unten im Graben ist, ne? Nur hier gibt es einen echt alten Lederball. Also selbst 2015 waren das keine Bälle mehr. Da waren das ja hier... Meine Güte, ich weiß auch nicht. Das Ding bewegt sich wie ein Medizinball. So, der Guy Conrad. Hier sollte man wahrscheinlich eigentlich als erstes rein. Das ist schon mal ein richtig geiles Poster hier. I like. Oh, der sieht so ein bisschen aus wie hier Lara Crofts Freund. Wie heißt der da? Dieser Indianer-abstämmige Typ da. Alter, das sieht jetzt halt sehr europäisch aus. Auch wieder holländisch, belgisch. Ist das ein berühmtes Wahrzeichen, das große Gebäude da hinten? Muss man das kennen? Ne, ne? Ich glaube, das gibt es nicht. Oh, das ist natürlich auch ein geiles... Oh, das ist ja ein geiles Bild. Mit der Pforte da im Vordergrund, oder? Muss ich gerade mal näher rangehen hier. Wahnsinn. Uh, die Combein-Zitadelle. Hier ist sie schon im Aufbau. Ach, du Scheiße. Jetzt ergibt alles Sinn. Jetzt ergibt alles Sinn. Ah, ein schönes Bild. Was ist das? Schwede? Wisconsin. Oh, nee. Null. Oh nein. Dürfen wir jetzt hier gleich basteln? Ich gucke erst mal hier rein, oder? Mann, weg da mit dir. Oh, nee. Ich gucke erst mal hier. Oh. why eine Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Und? Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. Oh, nee. So, jetzt wissen wir nämlich, wie man das richtig macht. Jetzt sind wir viel sicherer, ne? Wer jetzt nicht weiß, worum es geht, der... ...hat halt Pech gehabt, ne? Der muss sterben, wo er nicht weiß, wie es geht. Also ich zeige es euch nochmal schnell, ne? Also es ist ja ganz einfach, ne? Dadurch, dass der rote Input weg ist, muss der schwarze Pfeil nach oben zu dem durchgestrichenen schwarzen bis zum ovalen blauen, wenn dann die blauen Pfeile wieder rausgehen. Wer das jetzt nicht verstanden hat, also dem ist dann wirklich nicht mehr zu helfen. Ja, leider haben wir keinen Sicherheitscode gefunden. Das bedeutet... Was bedeutet denn das? Dass wir da hinten weiter müssen? Aber da hinten haben wir Dinger gehört. Das ist halt uncool. Ah, ich krieg die Tür aber auch gar nicht rück. Warum ist denn hier ein Fenster? Ah, das ist aber auch wirklich ein Fenster. Okay. Okay. Ja, wie geht's denn dann jetzt weiter hier? Ja, ich weiß es halt nicht. Was müssen wir denn jetzt hier tun? Hier waren wir ja überall drin. Oh, das haben wir übersehen. Oh. Imogen Reed hat heute eine Maschine getestet. Sie war eindeutig von der Vau beschädigt worden. Noch wichtiger aber war, dass sie auf ziemlich primitive Weise zusammengebaut worden war. Als ob sie jemand nur zu dem Zweck geschaffen hätte, um sich von der Vau stehlen zu lassen. Nach ihrer Aktivierung imitierte die Maschine den Raum und Reed gleich mit. Nach einiger Zeit wurde sie gescannt und dann als Simulation in die digitale Umgebung geladen. Die Präsentation schockierte Reed und wurde schnell gelöscht. Mich ängstigt, wie sehr mich das an meine KR-Kapsel erinnert. 14. Juni 21.03 Nach dem Zerlegen der Vivarium-Maschine die Reed aktivierte, ist es nun klar, dass die Vau mein Kapselprojekt kopiert hatte, um die Szene zum Ausführen der Reed-Simulation nachzustellen. Bis auf einen Punkt ist sie in ihrem Aufbau tatsächlich äußerst ähnlich. Im Gegensatz zu meiner Kapsel, in der sich aus Modellneurographen was der sich aus Modellneurographen konstruierte flache Menschen befinden, lebt der Gehirnscan des Vivariums weiter. Er ist nicht auf seinen Inhalt beschränkt, auf den ursprünglichen Gehirnscan aus dem Reed entstand. Die Reed in den war, was die Reed in den Vivarium war eine perfekte Kopie. Ich hab's, ich kann die Menschheit retten. Ich kann eine Kapsel mit einer künstlichen Realität bauen, in der jedes lebende Mitglied von Pathos 2 Platz findet. Ich weiß nicht, wie es beim Vivarium funktioniert hat, aber ich kann die Scantechnik der Vau mit Hilfe der Pilotensitze replizieren. Sie sind bereits mit dem erforderlichen Elektromagnet- Typ ausgestattet. Es war einfacher, als ich gedacht hatte. Die Pilotensitze sind bereits auf die zum Aufzeichnen des Scans erforderliche Diffraktion und Hochenergie konfiguriert. Ich vermute, dass die Vau die Sitze schon seit einiger Zeit dazu benutzt, Scans von uns zu stehlen. Das erklärt vermutlich auch die Imitate. Die Vau muss die Scans der Leute über die Pilotensitze gestohlen und sie als Intelligenzbasis für die Maschinen benutzt haben. Bei überraschend positivem Feedback des Teams haben wir das Arche-Projekt nun offiziell begonnen. Wir werden so viele Leute wie möglich scannen und sie in die Kapsel laden. Dann werden wir sie mit der Weltraumkanone in den Weltraum schießen. Sich vorzustellen, dass wir auf diese Weise weiterleben werden, ist ganz nett. Mark Serang hat sich nach seinem Scan umgebracht. Er hat allen erzählt, dass sie sich umbringen sollen, um so irgendwie auf die Arche zu gelangen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktionieren soll. Sicher ist, dass dadurch einige Streitereien beim Personal entbrannten. Und anscheinend ist das irgendwie mein Fehler. Strohmeyer ist gar nicht mit mir zufrieden. Hoffentlich wird er sich wieder beruhigen. Richard hat mir einen Satz KI-Vorlagen gegeben, die ich noch nie gesehen habe. Ich habe eine von ihnen ausgebreitete, um einen neuen Freund für Kapsel Catherine und ihren Clan Vergangener zu kreieren. Neue Methode zur Turbulenzimulation führt zu deutlicher Verbesserung des Wettersystems. habe Reed implementiert. Ist nicht gut gelaufen. Neuer Versuch mit Reed. Reed kommt nicht gut mit den anderen zurecht. Sie ist zu real. Aber das hat mir jetzt auch noch nicht geholfen. Aua! Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwas bekommen habe, was mir jetzt weiterhilft. Eigentlich weiß ich überhaupt nicht mehr, wo. Also ich weiß noch, dass ich irgendwie hoch oder runter sollte, weil wir ja irgendwie die Computersicherheits... Keine Ahnung, Dinger. Okay. Das war's für heute. Das ist doch scheiße. Ja, was weiß denn ich, wie ich da jetzt runterkomme? Ah, vielleicht hier... Komm schon, lass mich das Ding hier steuern. Das war's für heute. Ach, verdammt, ey, ich steh auf den Schlauch, Leute. Hilfe, Hilfe, was soll ich tun? Ich hoffe, mit der Aufnahme ist alles in Ordnung, weil das jetzt immer so komisch nachlädt. Hätten wir hier noch einen anderen Weg nehmen können? Nee, ne? Na doch. Ach so, hier war's. Hier ist es jetzt aber schon eine ganze Ecke unangenehmer. Oh, hier kommen wir runter, wa? Hier kommen wir runter. Alter. Ist meine Lampe an? Ja. Alter! Sind wir hier in Silent Hill, oder was? Also, ich würde da jetzt normalerweise nicht runtergehen. Oh Gott. Oh Gott, ich komme ja nie wieder hoch. Oh Gott. Su篱. Oh Gott. Obwohl. gut das hat schon wieder so ganz komische ich glaube ich mach mal kurz Aufnahmestopp für euch ist das ja immer kein Problem für euch ist das ja immer nur so ich bin weg ich bin wieder da und das machen wir jetzt mal ganz kurz tut mir leid klar im Moment bis so und dann bin ich schon wieder leider habe ich jetzt Simons Kopf ein wenig bewegt deswegen war das ein noch unsauberer Schnitt weil die Perspektive sich geändert hat aber jetzt machen wir mal weiter mit der Aufnahme ist übrigens nichts passiert alles war gut ich hatte halt nur ein bisschen Angst so die Tür da ist zu und da gehen wir vielleicht noch nicht anklopfen wir sind mal mutig so das war jetzt aber genug Mut ey das ist voll strange ey seht ihr meine Frames ein bisschen ärgerlich hier okay das sieht doch aber hier nach Serverraum aus oh du siehst aber ganz anders aus wie sonst ich darf gar nicht interagieren ich glaube denen geht es aber nicht mehr gut könnte sein dass das jetzt schon ein sehr sehr fortgeschrittenes Stadion ist von der WAU oder andererseits ist das die ist auch gar nicht so eingepflegt in die WAU wie die anderen oh mein Gott hoffentlich enden wir nicht so gut sonst gab es jetzt eigentlich nichts ich kann ja nicht mal quatschen mit der oder dem so wo könnte man denn jetzt am besten Computerfehler beheben eher links oder eher rechts ist ja wie der Sternenhimmel warum ist denn das so ruckelig in dem Raum ist ja voll eklig ist ja voll eklig ist ja voll eklig aber also von � gub 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 qub gub 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was bist du? Ich glaube, das Ding kann mich nicht sehen. Was? Zeit? Was? 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 Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Ich sehe überhaupt nichts! Oh Scheiße! Oh Scheiße! Ich weiß gar nicht wo ich hin muss! angucken wollte glaube ich könnte eine heilung vertragen kommen das probieren wir jetzt so aber der war lol der hat das oft gemacht was war ich denn jetzt Kommt der mit? Oh, jetzt kommt der doch hier hoch. Tja, Gott sei Dank, keine Arme. Ist das ein scheiß Raum? Ach, ihr armen Schweine, ey. Alles klar, jetzt müssen wir nur wieder... Ah, Gott sei Dank. Ah, bloß weg hier jetzt, ey. Bloß weg hier. Das war schon echt unangenehm jetzt. Ah. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Ist die Tür ein bisschen aufgegangen, oder was? Oh, die ist schon immer offen? Oh, shit, ey. So, dann weilen wir uns zwei hier. Wir machen jetzt hier diese blöden Computer an. Rennen, rennen, rennen. Jetzt können wir hier mal heilen. What the hell are you doing? I know it looks bad, but it makes me feel a lot better. Helps me focus. That's... I mean, that's the wow you're hooking up to. I need it, okay? I wouldn't have made it this far without it. Let's just keep going. Let's load up that chip. Ah, Gott sei Dank. So. There should be a list of people. See if there's anyone who could know a security cipher. Selbstmord wegen Kontinuität. Strohmeyer ist wirklich sauer und hat die Sicherheit verstärkt. Arche-Projekt ausgesetzt. Sehe ich das richtig, dass das alles Leute sind, wo wir auch die Zimmer durchsuchen konnten? Delta Flüchtling, Robotertechniker. Er arbeitet jetzt für Strohmeyer. Noch so ein beschissener Kontinuitäts-Selbstmord. Strohmeyer hat mich wieder aus meinem Labor ausgesperrt. Wir sehen uns so ähnlich. Was? Wir sehen uns so ähnlich. In einem anderen Leben wären wir bestimmt beste Freundinnen. Sie half mir, das Wellenleck von Helm zu schneiden. Wenn es irgendwas bringt, dann eventuell eine Abmilderung des Hangovers nach dem Scan. Strohmeyer war immer fröhlich und lustig. Sie sagte, sie würde beim Bau der Arche helfen, nicht aber beim Transport nach Pi. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier hochladen soll. Ich weiß gar nicht, was ich hier hochladen soll. Scanlog. Arche-Projekt ausgesetzt, während Strohmeyer den Tod von Zerang untersucht. Da ist er. Noch ein Todesfall. Der Konrad war es. Archeprojekt ausgesetzt auf unbestimmte Zeit. Dann laden wir sie halt alle hoch, bis was passiert. Aber was machen wir denn damit? Also laden wir da jetzt eine Persönlichkeit in die Arche rein? Schaffen wir da gerade digitales Leben oder was machen wir denn da jetzt? Wenn wir hier einfach irgendwelche Tasten drücken. Wir sind uns ja ganz im Klaren darüber, dass wir hier gerade ähnlich wie Gott mit Seelen hantieren, oder? Ist das so? Oder laden wir? Doch, das sind halt Scans. Komm, wir laden die Sarah mal hoch. Ich hoffe, wir haben der Sarah jetzt was Gutes getan. Äh, Straspie. Ah, da hatten wir da. Ich hätte da mal vielleicht die Eigenschaften lesen, oder? Was haben die für eine Eigenschaft hier? Stromar rekrutte Leute aus den evakuierten Seiten. Sie sollten auch die Cipher wissen, wenn Sie einen von ihnen finden können. Ich glaube, der Robin war es, oder? Okay, try actually reading the info and then pick one. Ach so, okay. Okay, dann lesen wir nochmal. Sagte sie, würde beim Überbringen der Arche helfen. Hatten wir ja schon. Selbstmord wegen Stromar ist wirklich sauer und hat die Sicherheit verstärkt. Vielleicht gehörte der ja zu Stromar hier. Da haben wir ihn doch, oder? Sehr vermutlich. Ich werde ihn einfach abladen und den Simulator fahren. Da sind wir. Was machen wir genau? Wir haben eine Gespräche mit Mr. Wan. Use den Computer, um die Simulation zu aktivieren. Was ist das? Wo bin ich? Take a deep breath, Mr. Wan. Everything is fine. Dr. Chan? What the hell is this place? I need a favor. I need to know what the new security cipher is. Why are you doing this? Is this some trigger? I'm not giving you anything. I'm trying to save a lot of people. Wait! Simon, you just reset the simulation. Yes, because he felt uncomfortable. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up. Bastard. What? How did I get here? Welcome back, Mr. Wan. Dr. Chan, is that you? What happened? What is this place? Everything is fine. You need your help. We need the new security cipher. Dr. Chan? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here. It's empty. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here! Okay. Okay. Dann halt ohne. Dachte, das würde dir gut tun. Don't do that. Stromar really got me worked up. Bastard. What? What happened? Where did everyone go? Don't be afraid. Chun? What happened there? I can't see anything. There's nothing here. It's okay. It's all a part of the scam. No, no. That's a lie. You're lying. Okay, calm down, Mr. Wan. No, 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 no. Why are you doing this to me? I trusted you, Chun. I trusted you! Did we just bring that guy to life? I mean, he's a perfect scan. Meant for the Ark. He's the real deal. And we turned him off. Took it all away again. I really thought that was gonna work. Maybe we can try again. There's probably a support module. That wasn't so bad. Stromar really got me worked up. Bastard. What? What is this? Where am I? Relax, Mr. Wan. Just keep calm. Dr. Chun? What the hell is this place? I need your help. I have to get the new security cipher. Why are you doing this? Is this some trick? I'm not giving you anything. Please, we really need that cipher. No, you're lying. This is all a lie. Look at this place. It's a fucking joke. Get me out of here, Chun! I'll punch your teeth in! Do we need to turn it off? Can we just keep him alive until we've got the cipher? The longer he's exposed to the computer model, the more he'll get hung up on it. So? What's wrong with letting him settle in a little? It would drive him insane. So let's keep the session short and the suffering to a minimum. No. No. That wasn't so bad. This room might really get me worked off. Bastard. What? How did I get here? Mr. Wan, I need your help. Dr. Chun, is that you? What happened? What is this place? Just be calm. Take a deep breath and enjoy the scenery for a moment. Dr. Chun? I hear your voice, but there's no one here. There's no one here. Depth. It's too empty. There's something really wrong with this place. It's not real. This isn't real. I have to get out of here! I think we need to build the scene so it's more what he'd expect. As soon as he starts to doubt, we've lost him. You're right. We need to think this through. We need some more data. 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 Here we have some data. Hier geht's, Branden Wan's room. Ich werde den Lock für dich überprüfen. Wenn wir ihn kennenlernen können, dann kann er die Simulation ein bisschen leichter machen. Ich glaube, das ist doch ein guter Einstieg für die nächste Folge, oder? Ich meine, wenn wir uns jetzt hier alles angucken, dann haben wir doch am Anfang der nächsten Folge vergessen, was wir eigentlich wirklich tun müssen. Außerdem ist hier wieder ein sehr bequemes Bett, wie ich finde. Dann kann man ruhig mal ein Päuschen machen. Wir können uns jetzt schon mal seine Fotos ein bisschen angucken. Das sieht auch wieder mittel- bis südeuropäisch aus. Das ist eher amerikanisch, würde ich jetzt sagen, mittelamerikanisch. Asiatisch, südeuropäisch. Ja, hilft er jetzt nicht so viel weiter. Fairchild Award for Achievements of the Engineering Juice. Kann man doch nicht da drin stehen lassen. Das muss man doch hier oben hin. Ja, das muss doch jeder sehen. So, war es doch viel besser. So, da haben wir seine Frau. Cue. Hübsch. Security Clearance YYC. Vielleicht ist das auch nochmal wichtig. Ja, ich würde dann mal sagen, den Text und so, das machen wir dann in der nächsten Folge, wa? Was haltet ihr davon? Ein Papierfrosch. Ah, guck mal. Bastler ist er also auch. Okay. Hoppala. Entschuldigung. Warte. Achso, guck mal. So kann man das... Ah. Wie war das nochmal mit dem Drehen? So. Faceplant. Ja, okay, Leute. Dann, ähm, haben wir jetzt noch ein bisschen gebummelt am Ende. War doch auch nicht schlecht. Ach komm, das wäre mal so. Und dann ist Schluss. Strohmeier ist es mit dem Zeit, um zu gehen. Ich warte für Stratsky und Albaro zu packen. Gehen nach dem Strasky, und ich will dich da. Nicht zu lange dauern. Nicht zu lange. Nichts, wir sind gerade hinter dir. Es scheint, dass sie bereit sind. Ich habe eine Frau sagen, Branden, zu hurry auf. Du hast das von der Intercom? Muss sein, eine Transmission-Buffer. Hang auf. Das ist Alice Koster. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich sogar kennen. Interessant. Ah, da müssen wir die wahrscheinlich mit dazu laden, ne? Ja, gut. Dann legen wir uns jetzt hier hin. Tür ist zu. Und ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Es hat mir eine große Freude gemacht, hier wieder weiterspielen zu können. Ein fantastisches Spiel, wie ich finde. Echt cool. Lasst mir eure Meinung da. Lasst mir ein Like da. Und, ja. Schaltet wieder rein zur nächsten Folge oder einem anderen Projekt. Das war's von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend oder eine gute Nacht. Bye, bye. Euer Langster. Ada! Ich wünsche euch das mal rein.